Wir kommen zum genauen Gegenteil von Konflikt und harter Realität. Zu einem Künstler, der mit Zuckerwatte süßen Animationen wie kein zweiter die Aufmerksamkeitsspanne der Millennials bedient. So sieht es aus, wenn im animierten Universum des Julian Glenda zuckersüßes auf Bonbonfarbenes trifft. Zweckfrei, ironiefrei, ohne Meta-Ebene und genau deshalb im Netz so erfolgreich. Wir treffen den 25-jährigen New Yorker in Berlin beim Picto-Plasma-Festival, wo er dem Kunstpublikum erklärt, dass bei ihm Intention und Interpretation nicht besonders weit auseinander liegen. Ich habe Leute auf Twitter gebeten, meine Arbeit zu beschreiben. Die Antworten waren klebrig, Marshmallow-mäßig, flauschig oder zuckergussig. Die meisten Arbeiten sind eigentlich Interpretationen meines Alltags. Mit einem Hauch Zuckerguss, ein wenig Weichzeichner und einer pastelllastigen Farbpalette, die sich so wunderbar von der realen Welt abgrenzt. Ich betrachte mein Leben also durch so eine Art Zuckerwattenbrille. Das liegt an der Zeit, in der wir leben, an diesem Gefühl von Chaos und Irrsinn. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist voll von Angst. Und wie könnte man dieser Angst besser entgegenwirken, als mit harmloser Kunst, die einfach nur endlos in einer Sekundenschleife läuft? Glenda animiert mit Vorliebe GIFs. Vom quietschbunden Dackel bis hin zur bewegten Coverart für Jamie XX. Ich denke, der Reiz von GIFs ist, dass man sie so kurz oder lang anschauen kann, wie man will. Als Millennial muss ich zugeben, so peinlich das auch ist, dass es mir echt schwerfällt, ein 20-minütiges Video am Stück anzusehen. Wir sind einfach komplett überreizt. Als GIF-Künstler profitiere ich natürlich davon, trage aber auch selbst dazu bei. Als Reaktion auf die ständige Überreizung hat Julian Glenda das perfekte Antispiel entwickelt. In Lovely Weather We're Having sammelt der Gamer keine Punkte, muss keine Levels abschließen, kein Ziel erreichen und natürlich auch keinen Endgegner besiegen. Die Grundidee ist, du bist ein Mädchen und du läufst einfach durch die Gegend. Man kann Steine kicken und sich mit Leuten unterhalten, die rumstehen. Ja, das ist wirklich schon alles. Umso entlarvender, dass uns diese Zweckfreiheit und Ziellosigkeit schon wieder irgendwie unter Druck setzt. Die größte Herausforderung dabei ist es, nicht herausgefordert zu sein. Das Game ist wie ein Anti-Stress-Ball, ein interaktives Spielzeug oder Actionfiguren, mit denen du spielen kannst. Dadurch, dass ich die Mechanismen und Handlungen eines traditionellen Games weglasse, eröffnen sich für den Spieler letztlich viel mehr Möglichkeiten. Schon mit 14 entwarf Glenda seine Welten am Rechner. Das Geheimnis, bloß nicht zu verkopft konzeptionell werden. Ich fange meistens mit irgendeiner Form an. Erst kommt ein Kreis, darunter ein Quadrat, und dann ist es fast schon ein Mensch. Dann füge ich einfach weitere Dinge hinzu und baue mir meine Figur weiter auf. Mein größter Einfluss kommt dabei aus dem Kinderfernsehen. Da stehe ich total drauf. Auch auf das schlimme Zeug. Meine Kunst ist eigentlich wie Kinderfernsehen für Erwachsene. Kein Wunder also, dass er sich für seinen ersten Animationsfilm keinen geringeren als Hollywoods Chef Hans Dampf James Franco an Bord holte. Der gab Glenda ein Interview, das der Künstler dann animierte. Alle Dinge, die ich mache, sind in einer Weise oder in der anderen. Okay, ein wenig verrückt ist Julian Glenda vielleicht auch. Aber seine bonbonbunten Kreationen zeigen leider nur zu gut, wie verdammt erwachsen und unentspannt wir manchmal sind.